Vorklausurteilung in Klostersion – CSU provoziert das Bede mit Forderungen dahinter stecken aber weder Seehofer noch Söder. Deutsche Presseagentur der bayerische CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer , Barbara Stamm und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt beim Parteitag in Nürnberg. Angela Merkel könnte sich in den nächsten Tagen noch stark nach Gerda Hasselfeld zurücksinnen. In der langjährigen Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe hatte die Bundeskanzlerin stets eine auf Ausgleich bedachte Mitstreiterin. Das ist bei deren Nachfolger Alexander Dobrindt anders. Der Jüngere in der Führung der Unionsfraktion hat weit stärker das Profil der eigenen Truppe im Blick. Schon bei den Jamaika-Sondierungen war es Dobrindt, der von Unionsseite Sand ins Getriebe warf und ein Bündnis mit den Grünen keinesfalls als das Nonplusultra erscheinen ließ. Aktuell ist es ebenfalls die Landesgruppe unter seiner Führung, die mit ihrer Positionierung für die Klausurtagung am Wochenende im Bayerischen Seon auf größtmögliche Konfrontation zur SPD geht. Leistungskürzungen für Asylbewerber Klimapflege im Vorfeld der Sondierungsgespräche sehe anders aus. Die Landtagswahl erscheint wichtiger als die Regierung in Berlin. Die Interessenlage der CSU ist dabei klar, sie muss sich als starke bürgerliche, Recht und Ordnung verpflichtete und wirtschaftsfreundliche Kraft präsentieren, um die Landtagswahl im Herbst mit Erfolg zu bestehen. Aus Sicht der Partei ist der Urnung allemal wichtiger als die Bildung einer Regierung in Berlin. Die CSU will ihre Rolle als Volkspartei verteidigen und die Alleinregierung gleich mit. Beides wird schwierig genug. Große Zugeständnisse in Richtung SPD kämen dabei nicht gut an. Da ist es wichtig, die Latte möglichst hoch zu legen, um selbst kleine Kompromisse als Erfolg der eigenen Hartnäckigkeit verkaufen zu können. Ein angespanntes Verhandlungsklima kann obendrein nicht schaden. Zusätzlich ist das alles auch ein Signal an die Schwesterpartei, dass es keine große Koalition um jeden, SPD-Preis geben kann. Die deutliche Positionierung der CSU-Landesgruppe hat außerdem einen innerparteilichen Hintergrund. Dobrindt will in Berlin ein neues Kraftfeld errichten, das ein Gegengewicht zu dem neuen starken Mann in München bildet, wenn Markus Söde erst einmal das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hat. Das dient zum einen dem Ziel, die Partei insgesamt stärker aufzustellen, was noch dadurch verstärkt würde, wenn Parteichef Horst Seehofer als Minister in die Hauptstadt käme. Zum anderen steht dahinter der Machtkampf im Teil 2 der Seehofer-Nachfolge. Dobrindt hat mindestens ebenso große Ambitionen, den Parteivorsitz zu übernehmen wie Söder. Rollenverteilung gibt Seehofer-Chance zu moderieren. Abgesehen davon ist die aktuelle Rollenverteilung nicht zufällig. Seehofer, der lange vor allem in der Flüchtlingspolitik als der Unions-Internet querulant galt, erschien schon bei den Gesprächen mit FDP und Grünen als die moderate CSU-Kraft. Und auch aktuell äußert er sich eher beschwichtigend, ich empfehle uns allen Disziplin und Zurückhaltung, mahnte er, um zu ergänzen, es sei völlig in Ordnung, wenn die Landesgruppe sich in einer Klausurteilung noch einmal inhaltlich positioniere. Die CSU halte aber an dem Ziel fest, eine neue stabile Regierung zu bilden. Kompromisse könnten nur am Verhandlungstisch geschmiedet werden. Schließlich darf eine neue Auflage der Großen Koalition am Ende nicht an der Union scheitern. Sollte es so kommen, muss aus Sicht der CSU die SPD das Handtuch werfen. Nur so lässt sich im Falle von Neuwahlen argumentieren, CDU und CSU seien die einzigen Parteien, die bereit seien, in Deutschland Verantwortung zu übernehmen. Video, Seehofer, bis Ostern muss die GroKo stehen, sonst müssen Neuwahlen her.